Die U-Tas sind blinde Krähen und ihr holzt in Grollen der Donner ein Lügner! Die U-Tas sind blinde Krähen und ihr holzt in Grollen. Legt die Waffen nieder, sonst lasse ich mein Zaubergewehr sprechen! Es gibt keinen Ausweg, ergebt euch! Oder keiner kehrt lebend zu den Dorfern der U-Tas zurück! Warum versteckt sich der Häuptling der Apachen? Winnetou ist unser Freund! Hier bin ich! Der große Wolf hat den Verräter bestraft! Der große Wolf hält seinen Schwur! Er bietet Bokai-Mu, die U-Tas-Krieger zu schonen! Zwischen ihm, seinen Freunden und den U-Tas soll das Kriegsbeil begraben sein! Der große Wolf hat den Verräter bestraft! Absitzen! Wo führt nun der Weg hinunter? Na, wird's bald! So viel ich weiß, nur durch eine Felsspalte. Sie muss irgendwo weiter vorne sein. Mach da! Weg! Weg! Mach mach! Halt! Keiner geht vor mir! Es bekommt ein jeder seinen Anteil. Wie viel, das bestimme ich! Die Gefangenen kommen mit! Greg und González, ihr bleibt hier bei den Pferden! Warum denn ich? Das ist ein Befehl! Es wird keiner zu kurz kommen! as clinics? três Schubert! Du hast gut! Titta! Me抱he! Titta! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Plan war die Stelle, wo der Schatz verborgen ist, mit einem dunklen Kreis bezeichnet, am anderen Ufer des Sees. Ja, und weiter? Es muss eine Höhle oder Grotte im Fels, dicht über dem Wasser sein, wo er sich befindet.